Mir gefällt ja am besten, dass ich jeden Tag neue Aufgabengebiete habe, dass es nie langweilig wird, dass ich meine Ideen auch einbringen kann und auch soll. So ein kleines Brainstorming hat man immer wieder. Also es ist alles Sonder, es ist alles wirklich Manufaktur, es ist Handarbeit. Tag für Tag hat man verschiedene Herausforderungen, die man meistern muss. Die Zusammenarbeit ist hier super, weil wir uns eigentlich versuchen, gegenseitig immer zu helfen, weil wir sitzen ja im selben Boot. Wenn du innovativ bist und Spaß an verschiedenen Aufgaben hast, aus dem Bereich Metall kommst, dann bist du bei uns auf jeden Fall richtig.